Das Netbook HP Mini 210-2000SG wird mit Windows 7 Starter in 32-Bit ausgeliefert. Damit sind die insgesamt 1 GB Arbeitsspeicher voll nutzbar. Der Intel Atom-Prozessor N455 arbeitet mit einem physischen Kern bei einer Taktfrequenz von 1,66 GHz. Durch Hyperthreading steht dem Betriebssystem ein virtueller Prozessorkern zusätzlich zur Verfügung. Die Schnittstellen entsprechen fast der typischen Ausstattung. Es ist nur eine kombinierte Buchse für Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang nutzbar. Das drahtlose Netzwerk funkt nach Standard N. Der Bildschirm stellt 1024 zu 600 Bildpunkte dar. Die Videoausgabe übernimmt die Grafikeinheit der CPU. Der Intel GMA 3150 unterstützt die Wiedergabe hochaufgelöster Filme. Das glänzende LED-Display ist 25,6 cm groß. Das entspricht 10,1 Zoll.